Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du entscheidest, ob und wann du krank bist. Diese Aussage kommt nicht von mir, sondern von einem, der es wissen muss. Er hat 28 Weltrekorde aufgestellt und hat sich sogar einmal mit Viren infizieren lassen. Und er wurde nicht krank. Es geht um die drei Elemente, die uns dabei helfen, unser Immunsystem aufzubauen und zu stärken. Und genau die gleichen Elemente können wir ganz leicht in unser Unternehmen übertragen und somit unser Unternehmen aufbauen, stärken und weiterentwickeln. Mein Name ist Johannes Stark. Ich arbeite mit Unternehmen, Selbstständigen und Führungsleuten im direkten Coaching zusammen. Und es geht immer darum, Unternehmen aufzubauen, zu stärken, sie freier und leichter zu machen. Denn Erfolg ist das, was folgt, wenn man die richtigen Maßnahmen und Werkzeuge einsetzt. Und jetzt schauen wir uns an, wie man sein Immunsystem aufbauen und stärken kann. Der Wim Hof hat dazu eine eigene Methode entwickelt. Die besteht aus drei Elementen. Das erste Element ist Atmen. Du liegst am Boden, auf der Couch oder im Bett und du atmest intensiv ein und wieder aus. Und beim 30. Mal hältst du die Luft an. Und zwar 1 Minute, 3 Minuten oder 5 Minuten. Und du wirst staunen, wie einfach das geht. Und dann atmest du wieder aus und noch mal intensiv ein und hältst wieder 15 Sekunden lang die Luft an. Und währenddem, dass du die Luft anhältst, wirst du merken, da ist ein Krippeln im ganzen Körper. Das ist komplett ungewohnt. Aber das ist faszinierend. Und dann kommt das zweite Element ins Spiel. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf deinen inneren Körper. Du beobachtest deinen inneren Körper. Du beobachtest, was da in deinem Körper abgeht. Und somit kriegst du eine Fokussierung zusammen, die dir eine innere Leichtigkeit bringt. Und du bist 100% im Hier und Jetzt. Und jetzt noch das dritte Element. Das dritte Element ist Kälte. Du gehst in der Früh Kaltduschen. Der Körper kommt in einen leichten Schockzustand und fährt sein ganzes Immunsystem hoch. Denn alles in der Natur will immer wieder einmal gefordert werden. Wenn es gefordert wird, dann wird es stark und widerstandsfähig. Und mit diesem Kaltduschen schaffen wir genau das. Ich habe dir unten in die Beschreibung einen Link von Wim Hof dazu getan. Schaut dir das von ihm noch einmal genauer an. Und jetzt schauen wir uns an, wie man diese drei Elemente auf dein Unternehmen übertragen kann. Das erste Element ist Atmen. Ein Unternehmen lebt auch vom Ein- und Ausatmen. Vom Geben und Nehmen. Ein gutes Geben und ein gutes Nehmen. Was soll man geben, damit man viel nehmen kann? Zum Beispiel Kundennutzen. Wenn du dich konzentrierst auf deinen Kundennutzen oder welchen Nutzen, das du zur Verfügung stellen kannst, und wenn du da entwickelst und ausarbeitest, nachher wirst du für den Kunden immer mehr Aufträge und Folgeaufträge bekommen. Weil die Kunden haben einen unmittelbaren Nutzen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Das heißt, je mehr, dass wir Kunden Nutzen geben, desto mehr Erfolge kriegen wir zurück. Das ist das erste Element. Das zweite Element, haben wir gesagt, beim eigenen Körper ist es die Aufmerksamkeit. Im Unternehmertum heißt es Fokus. Das heißt, sich zu fokussieren, zu schauen, was ist meine Kernaufgabe. Und sich vielleicht ein bisschen vom Bauchladendasein verabschieden. Und zwar sagen, was ist mein Thema? Ich konzentriere mich jetzt darauf und schaue, dass ich das gut mache. Wenn du den Fokus aktivierst im Unternehmen, nachher machst du etwas, was die meisten Unternehmen komplett übersehen. Denn in den meisten Unternehmen fehlt der klare Fokus. Und das dritte Element, die Kälte. Beim Körper ist es die Kälte. Im Unternehmertum ist es raus aus der Komfortzone. Das heißt, wir haben alle so Dinge, die schieben wir immer so ein bisschen vor uns her. Manche Entscheidungen wollen wir nicht treffen. Oder wir machen oft Kompromisse, die was uns selber schaden. Und wenn wir rausgehen aus der Komfortzone, nachher würden wir uns diesen Dingen einmal stellen und sagen, jetzt schaue ich einmal ganz genau hin und schaue einmal, wo mache ich die ganze Zeit Kompromisse, die gegen mich wirken. Oder wo treffe ich Entscheidungen, die nicht klar und eindeutig sind. Und welche Dinge schiebe ich die ganze Zeit vor mich her und jetzt nehme ich sie mal an und beschäftige mich einmal damit. Das ist nicht angenehm, aber deswegen gehen wir ja raus aus der Komfortzone. Und so sieht man, dass man diese drei Elemente auf Körperebene, Atmen, Konzentration und Kälte ganz leicht übertragen können in dein Unternehmertum. Ein gutes Geben und ein gutes Nehmen, Fokus und das dritte raus aus der Komfortzone. Und wenn du an deinem Unternehmen arbeiten, es aufbauen und stärken möchtest, dann melde dich unten mit diesem Link zum kostenfreien Strategiegespräch mit mir an. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und denk dran, diesen Kanal zu abonnieren. Denn dann bist du immer in der ersten Reihe, wenn was Neues daherkommt. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Fiatiservus, mach's gut!